Alien Isolation? Ja, denk ich mal. Ja ok, dann streamt ihr's, ich schau zu, während ich trinke, und dann... ...Wey of the Elf, äh... ...Wey of Dependency, also erst laufen. Ja, da muss man mal sagen, ob du dann Sound noch hörst, warte mal. Muss mal ausprobieren, let's play, spielen. Ah, muss ich genau genommen, wenn wir jetzt nicht über Streaming reden. Ah, muss ich glaube, dass ich gehört hab, man hat die Doppelzeit, gell? Oder das Ganze? Ja, das war wegen dem Handy, was in den Ball liegt. Ach so, das ist ja... Hörst du das? Hörst du das? Warte mal. Oh, das ist aber nicht echt doppelt. Warte mal. Oh, das ist aber nicht echt doppelt. Das hört sich aber echt voll geil an, Alter, alles doppelt auf einmal. Ich weiß nicht, wo ein bisschen... Es hat nicht gestört, aber es war schon ein bisschen, naja... Ich hab's auch gerade mal angehört, da hab ich's noch nicht zu Problem gehört. Ach... Naja, das ist jetzt auch, aber das Telefon ist ja gar nicht im Stream. Wobei, jetzt hab ich mich grad die Tapette gehört. Naja, das ist jetzt auch, aber... Naja, das ist jetzt auch, aber... Naja, jetzt hab ich mich grad die Tapette gehört. Ich geh jetzt mal online, mal gucken. Was ist denn das, Alter? Hallo? Ja? Ja? Ne, nicht gut. Hallo? Das kommt voll leise rüber, das scheiß Mikrofon. Warum ist das so leise? Hallo? Ja, aber das Leipsteam kommt ja so... Also, ich höre halt das andere, wie es so laut gehört. Geh mal kurz in den Stream, bitte. Ich... Ich mach mal... Ich klicke mal kurz auf und... Wenn man... Er meld sich mal kurz dann gleich mal. Schreibt mal damit, schreibt mal bitte, wie das rüberkommt von den Ausgleichen. Ja, ja. Gleich halt. Bam, 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 bam. Hallo? Okay, warte mal. Ich gebe mal kurz aus. Das ist gut. Egal. Untertitelung. BR 2018 Das ist die Uhr, da kann ich nicht mehr machen Und jetzt? Huhuhu Wie du hattest verstanden? Wie du hattest verstanden? Und jetzt? Wie hattest du das verstanden? Und jetzt? Wie hattest du das verstanden? Jetzt klockt alles drei, vier Mal rüber, oder? Jetzt klockt alles drei, vier Mal rüber, oder? Jetzt klockt alles drei, vier Mal rüber, oder? Ja, das ist das aber auch alles denn, also? Komme, jetzt klockend alles wieder doppelt und dreifach Jetzt klockend alles wieder doppelt und dreifach Denn es ist sonst nie gewesen, warum auf einmal? Das Spiel hat eine Lautstärke von minus 24,5% Dezibel. Öh, erzähl ich mich wieder im Hintergrund. So, es wird immer leiser und leiser und leiser und irgendwann ist es vorbei. So, es wird immer leiser und leiser und irgendwann ist es vorbei. Pass mal, du dicke Sau. Fettsack. Pass mal, du dicke Sau. Fettsack. Ja, kann man sicher irgendwo einschalten. Muss ich mal ausprobieren. Hört sich aber cool an. Und Echo, 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 Echo. Schmal, habe ich mich bestätigt. Ah. Warum ist das halt nur? Ah. Warum ist das halt nur? Komm mal jetzt das andere Mikrofon an, auf dem anderen USB-Stackplatz, das geht auch. Komm mal jetzt das andere Mikrofon an, auf dem anderen USB-Stackplatz, das geht auch. Ich fand das jetzt, ey. Ich fand das jetzt, ey. Ich fand das jetzt, ey. Test? Hallo? Hallo? Juhu? Juhu? Ich glaube, ich hab's gewonnen. Juhu? 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 Oh, das geht jetzt echt, ey. Geil. Oh, es kommt mal kein Echo mehr. Respekt. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 13, 13. Gelug. Ich glaub, so geht's. Das Dumme ist halt, ich höre überhaupt gar nichts von dem Sound. Warum auch immer ich jetzt keinen Sound mehr habe. Das Dumme ist halt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hallo? 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 Hey! Schnauze? Hey! Schnauze? Hallo? Und doch, innen wir doch. Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo? 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 Hado 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 Wie könnte man das jetzt umändern? Hado 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 Könnte man das jetzt umländen, oder? Hallo? Könnte man das jetzt umländen, oder? Hallo? Könnte man das jetzt umländen, oder? Hallo? Könnte man das umländen, oder? Ich weiß nicht, ob Sie hören können.